Hallo, mein Name ist Philipp Rettig, ich bin 13 Jahre alt, ich spiele in Linken Mittfeld und Linken Mittfeld, ich bin Verteidiger. Ich war in Überling in Brüllen und in der Akademie in Bregenz. Meine persönlichen Ziele sind die Tabelle, also nicht absteigen und mit der Mannschaft. Gut, ich spiele es. Gut, ich spiele es.